Abi! 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 Abi, 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 Abi-Tour! Ja, es war nicht zu überhören, worüber sich diese jungen Menschen freuen. Abi, Abi, Abi-Tour! Abi! Genau, Abi-Tour. 1200 Schüler aus dem ganzen Landkreis zelebrierten am Freitag das Ende der schriftlichen Prüfungen. Natürlich mit einer großen Abi-Parade durch die Innenstadt. Und dabei ging es wie immer verdammt laut und ausgelassen zu. Auf 16 Wagen wurde gefeiert, was das Zeug hält. Aber Moment, wie liefen die Prüfungen denn eigentlich so? Ja, scheißegal, scheiß drauf! Scheiß auf Abi-Betrüfung, Mattel, kann man scheiß, aber der Rest. Aber egal, heute ist die Party und das zählt. Genau, egal, Stress und Lernerei waren bei der Abi-Parade vergessen. Hunderte Freunde und Verwandte säumten die Straßen und feierten ausgelassen mit. Die Abiturphase stresst nicht nur die Schüler, sondern eben auch die ganze Familie. War sehr aufregend. Ich habe mitgelitten beim Lernen und ich habe mich mitgefreut, als es jetzt vorbei war. War sehr schön. Sehr schön sind auch die Zukunftspläne der Abiturienten. Viele wollen erst einmal ins Ausland. Andere haben solidere Pläne. Ich mache eine Ausbildung als Steuervachangestellter. Im Grundschullehramt studieren. Gerne also vorher ein FSJ machen und dann im Grundschullehramt studieren. Eine kleine Hürde gibt es natürlich noch. Und zwar die mündlichen Prüfungen. Aber an die dachte am Freitag noch keiner. Erst einmal wurde ausgiebig gefeiert. Abi, 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 Schule! Abi, 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 Abi!